Ich krieg mich jetzt so um im Feuer, oder so. Oh, wie geht der denn ab? Okay, Chef. Hast du es? Okay, dann warte ich. Ich warte auf die... Ach guck mal nach einem Diamant. Habe ich auch so sehr vergessen. Ja, wollen wir über mich aufregen, ne? Junge Gamer-Sänger! Außerdem ist das nur ein nettes Gadget. So, ich mach rein. Oh geil! Ach so, ich bin... Ich bin im Game-Mode, warte mal. Ey, da kannst du auch schön wieder hier hochkommen. Ja, mach ich ja schon. Nein, es lädt wieder nichts. Ich bring mich jetzt so um im Feuer, oder so. Boah! Wie geht der denn ab? Ja schön, bei mir hat sie nicht geladen, alter. Mensch, was, das wäre... ...besser, wenn wir auf meinem Server hier spielen würden. Ja, ne, 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 ne. Ja, bei dem leckt's wenigstens, ne? Du an die... Oh Mann! Nein! Ja, dein komischer anderer, da ist Dingsbums drauf, du feuerst. Das ist Nitrado, hallo! Das ist da drauf. Das ist doch scheißegal. Die Map ist eh... ...hat nur 14 Level oder so. Ne, wir sind jetzt bei 11. Bei 11? Ölf! Ölf! Schalalala! Ölf! Alter! Voll kompliziert, der! Bin ich hyperaktiv? Schreibt's mal nicht in die Kommentare! auch ein her und durch den noch mal auf er hat er er hat wer mehr eiter wie soll man es schaffen da unten ist voll kompliziert Ich bin da jetzt zwar schon öfters mal durch gewesen, aber dann danach Aber dann danach, danach ist es schwer Alter, wie sollst du das schaffen? Dann musst du so weit nach unten drücken Danach ist es schwer Wieso bin ich denn jetzt bitte aufgeschlagen, hä? Das kann ich mir schon nicht erzählen Kann ich schon nicht erzählen Wie alter, wird es mich verarschen, ja Ich muss mir mal die Kombination merken, sonst wird das ja Wieso schlägt er denn auf, die dumme Sau? Scheiße, Minecraft-Puppe Mach keine YouTuber nach Das mag ich nicht in meiner Wieso denn, was mach ich denn nach, bitte? Na, das mit der Puppe Wieso, das ist halt ne Puppe Ich hab ja nix dafür Alter, jetzt bist du wieder ein Millimeter auf so'n beschissenen Block Ich muss die Millimeter weiter rüber Mama Mia Hübergolgen Bye, bye Wie sollt man denn da hinkommen? Das ist nicht machbar Nein Nein, deine Moodis Deine Moodis Drei Moodis, vier Moodis, fünf Moodis, acht Moodis Oh, ich mach mal kurz Ist sie Sad night Wieso schlägst du bitte da auf, hä? Weißt du weh Wieso schlägt der denn da jetzt jedes Mal auf, bin ich schon grad schon nochmal durchgekommen Wenn da ist Sad das Warte mal, ich mach mal kurz Random Distance Normal Ich mach mal kurz normal, mal gucken wie das dann ist Ne, normal ist scheiße Ist zwar nicht anders, aber naja Irgendwie Hab ich ja ein Oh, jetzt hab ich's geschafft Ich hab ja ein 64-Bit-System, ne? Aber irgendwie steht bei mir in Minecraft Sie haben nur 32-Bit Wenn Sie auf 64-Bit erweitern, dann können Sie Äh, weiter gucken Check ich aber nicht Ich hab doch 64-Bit-Java drauf Wieso Sagt der denn 32 Der behindert oder was? Kann man eh nicht mal Warte, ich lass das jetzt auch mal vorladen Hast du das vorladen lassen? Ne Du musst nur richtige Also du musst nur bei dem ersten Wo es dann hier so abwechselnd ist, ne? Wo das erst unten auf ist und dann oben Nein, ich komm nicht Fuck Wo das dann oben auf ist, dann unten auf Und dann nochmal rechts auf ist Musst du dann Praktisch, wenn du dann bei dem Unteren durch bist Dann musst du schon Wer weiß wie weit nach hinten drücken Und auch nach rechts Damit du dann halt da unten ins Wasser reinkommst Ich war noch nicht einmal am Wasser Ich war schon öfters Bin ich aber mal geschlafen Ich will mal kurz inspektieren Ne, hier wird nicht gecheater Ich mach das jetzt mal mit Game Mode hier runter Dann hier so Ach du Scheiße, wie viel kommt denn da noch? Ist doch einfach Du musst aber nicht hier rein Du musst in das andere Becken Da hinten auf der anderen Seite Aber sonst schaffst du das nicht Doch der andere Also der Kunde, wo ich geguckt hab Der ist genau da rein, wo du bist Ja, das Becken aber Der Becken da vorne ist aber einfacher Ich war gerade mal da am dritten Dings Boah, wie lange ich da wieder hochflieg Junge, spring mich jetzt um Alter, ich war gerade mal am dritten Dingen hier Am eins Boah, lag, alter Oh Gott, man Bei mir geht's jetzt gerade wieder Naja, ich hatte jetzt mal einen lag drin Eins ZWEI Du schaffst es nicht mal zum zweiten Wirklich Ne, vorhin hatte ich mich zum dritten Als sie auf die schon hier unten waren Bin dann hier unten immer gestorben Oh, nein Ich war jetzt beim vierten oder so Ich komm ja aber nicht da oben drauf Kacke Junge, ich Ey, warum lädt denn das Wenn man das wenigstens mal sehen würde Im Singleplayer sieht man das ja bestimmt Da sieht man nämlich das alles bis runter Die anderen haben das im Singleplayer gespielt Und Jo Da hat man es bis runter gesehen Wenn ich bei es so schwer finde ich das ist aber trotzdem nett So, Leute Jetzt geht es ab Weil es gleich die 100 Tote geschafft Übrigens Schön Die 100 Fails Hat es ja gerade aufgegeben Bei Dresnu Das ist nicht so gut Jetzt trug keine Das ist meine Truhe Wo willst du denn? Hä, wo ging's jetzt mal rein? Ach ja, und? Ah, Leute, Jung Jung Ja, ja, mit Teebih Hm, Spon Was ist das? Oh, was ist denn? Du musst da unten rein, schon mal bemerkt. Ah, das ist ein Skelett. Ach, bin ich ein behindertes Kind? Das gibt's nicht nochmal. Behinderte Kinder sind cool. Boah, leg mich am Arsch, da muss man rein. Das ist das Gerippe, dieses Skelett. Ich bin einfach mal außen lang gesprungen, gerade. Und ich weiß, ich bin da ganz außen lang gesprungen, ne? Oh. Wo außen? Na, du musst die Rippen da immer runter. Bäm, das ist jetzt wie so ein bisschen Jump'n'Run. Ich glaube, ich hänge fest. Jump'n'Run! Ich hab verkackt. So. Bäm, wo geht's direkt weiter? Keine Ahnung. Hier hinten irgendwo. Geh doch einfach die Rippen runter. Ach, ich bin da da. Ups. So, schaffe ich das hier runter, oder was? Ja. Gut. Ich bin beim Penis. Hallo. Ich bin beim Penis, komm zum Penis. Ja, ich hab's geschafft. Das ist ganz runter. Hast du behindert? Ich bin damit einmal durchgesprungen. Wie willst du denn das machen? Na, du musst nur das richtige Loch erwischen da oben. Dann kriegst du das einwandfrei hin. Ich hab's noch nichts gesehen, weil da an der Wolke im Weg war. Ja, ist da unten Wasser, oder was? Ja, genau... Also praktisch genau... Ja, genau, jetzt ist gerade was unten. Ach, da ist Wasser! Alter! Ich wollte... Ach, Junge. Wieso kann man hier hochklettern? Bin ich ein behindertes Kind. Ich hab übrigens ganz viele Potions of Swiftness bekommen. Potion of Night Vision... Also auf Schnelligkeit, oder was? Ja. Ja, gib mal... Ja, ich hab's nicht. Naja... Na, ich hab ein Wett. No Checkpoint, wie schrottes Ziel... Guck mal, wie geil das alles ist. Alle, wir sollen hier schlafen, guck mal... Guck mal, ey... Ja, wir sollen hier schlafen... Ja, ich hab ein Bett. Eins. Ja, wir brauchen aber zwei, da müssen wir noch eins holen. Bis schon zu schlecht. Geh mal, geh mal ein creative... Junge, warum schlägst du denn Du schon wieder... jetzt gibt man Geld jetzt hätte es mal vor uns mitnehmen sollen vor der Schildkröte von den Wiesel mit zu mir nicht saust und veröffentlicht du fein jetzt auch gleich mal noch nacht ich kann nicht rein Mann macht mich das ja wieder aggressiv hier Weitze Ey ja genau Ihr das ist das hier Optische Täuschung Mach mal wieder Tag Ich mach mal Timeset oder du mal Ey das war falsch, warte mal Ja gut Das ist optische Täuschung, siehste die, erkennst du das Ja Bist du behindert? Jetzt du guckst, auch keine fünf Sekunden Keine fünf Sekunden Hoho, gibt's voll viel Zeug Keil, du kannst mir auch mal was geben Level 13 Level 13 Oh ja Scheiß leck, Junge, geh heben Was haben wir denn hier? Ey wie viel Scheiße hier drin ist, ey Oh geil, Potion of Speedness, Junge Ja da hab ich auch ungefähr fünf Stacks oder sowas Ich hol dir noch Night Vision mit Was ist denn hier drin, ne? Oh nein, Junge und ich dachte Ich hör auf, weh zu teugen Wo geht's denn hier hin? Oh, jetzt sporten wir immer wieder hier Ist doch voll behindert Laufen wir dahinter Dummdi dummdi dumm Was stand da eigentlich auf dem Schild drauf? Deine Mutti, ey Scheiß Ne, lass mal Läs doch mal vor Ja, ich bin runtergefallen Ich muss erst mal wieder da hinlaufen Weißt du, wie lange das dauert Weil du spawnst immer wieder hier vorn bei dem Sand Also auf dem Schild stand Look for the webs and the vines Follow the pumpkins Was denkst du, was ich die ganze Zeit schon mach? Du sollst diesen Teilen folgen Ja, sagst du mal ein Biller Ja, lese es doch einfach, Junge Lese es Ey, ich hab dir gerade schon gesagt Lese mal vor Ja, aber da hättest du ja vorhin Wurde vorhin schon da Was mal vorlesen können, Junge Ich muss, sei, sei Denkst du, da schältst du da oben auf? Nö, da schältst du nicht auf Aber jetzt denkst du, warum ich auch die ganze Zeit Darüber spring Ja, das hab ich ja nicht gesehen Wenn ich da hinten stehe Ja, du spielst Dann lese doch die Zippen Sag mal bitte Wieso hängt er Wieso bleibt er jetzt nicht hängen An den komischen Dingern? Was ist jetzt los? Warum bin ich jetzt auch immer hier? Wo? Na, weil ich auf das Safe-Teil gegangen bin Ja, warum ist denn dein Latsch Denkst du da auch nicht mal drauf aus? Na, um mich zu safen Oh Hallo, du musst das andere Oh, geil, ein Bürostuhl Verkehrt rum Junge, du musst das andere noch machen, du Jude Geh heim Nö, wenn du hier den Checkpoint anmachst Bist du aber dran schuld Okay, ich bin sogar mit dem Checkpoint geschlafen Scheiße Ach ja Wir schlagen uns viel zu selten Weißt du das eigentlich? Nicht zu lang Ach du Kacke Weißt du denn, das ist überhaupt hier dastehen von Zeug Warte Was ist an der Decke klebt, oder was? Ja Nein, ein Zimmer Ein Zimmer Ja, das war mir schon klar, dass es ein irgendein Zimmer ist Was für ein Zimmer? Deins Nee Ach du Kacke Hallalala Oh Lass mich hier raus Wo musst du zu den Kürbissen, oder? Ja, Kürbisse hinterher Dann müssen wir es hier runter Scheißteil, Junge, geh Das ist ein Bio Alter, da steht ein PC Ja, deiner Mit lila Bildschirm, ne Wenn man sieht es jetzt nicht aus Guck dir das mal an Das sieht voll geil aus Oh Wo denn? Wo ist der PC? Wo ist er, wo ist er? Ah hier Mit lila Bildschirm Ich sehe aber ein PC nicht Ach, da unten steht der PC So Leute, noch mal ein kleiner Einblick Hier ist Radio, da ist Bett Impossible Staircase, was? Oh Muss ich das verstehen? Oh, mein Ricken tut weh, Junge Gib es nicht so was Was kriegt man hier? Nochmal Nightwishen, oder was?